Also da dürften auf jeden Fall zwei hier hinpassen. Hier oben irgendwo meine Belagerungswaffenwerkstatt dann. Ach ja, und die Eisenhütte dann noch rausbauen. So, kleine Armee, ein Gefängnis ist hier auch... Ach ja, stimmt, das war die Mission mit dem Kloster. Äh, mit dem Bischof von Geph. Das Kloster, das von Hakim geleitet wird, der in Wirklichkeit Markus ist. Ja, das ist halt wirklich etwas komisch. Das ist ein komischer Bug, der die Charaktere gegen Markus austauscht. Meine Dankbarkeit für diesen Titel ist euch gewiss. So. Hier eine Belagerungswaffenwerkstatt hin. Dann zusätzliche... ...gebäude für Unterhaltung. Ja, ich muss erst dann hier oben sicher machen, bevor ich die Steine zu... ...som Verbündeten schicken kann. Aber erstmal muss ich dafür dann die Bastion hier ausräuchern. Dann kann ich die Nachbar-Territorien hier einnehmen, beiden. Und dann anfangen Steine zu verschicken. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Rambock, dass wir überhaupt reinkommen. Da ist drei ausgebaut, da ist vier. Zu dem Thema fängt mir aber noch ein. Wenigstens hier sollten wir... ...da wir auch genug Eisen haben, zwei Katapult-Türme bauen. Gehen wir auf Nummer sicher, bauen wir einen dritten Gate. Haben wir ja genug. Wenn nicht, können wir immer noch Zeug handeln. So, alles ausbauen. Gehen wir mal durch. Ihr drei seid auf drei. Ja, und mehr brauchen wir auch nicht. Ihr seid auch ausgebaut. Ihr auch. Du auch. Die Jägerhütten auch. Der Fischer auch. Ein Fischer mehr als genug Fisch für... ...zwei... ...Horchereien. Genug Weizen für zwei Bäckereien. Du produzierst auch genug Wolle. Du produzierst genug Honig. Gut. Die sind da ausgebaut. Die sind da ausgebaut. Die sind auch alle ausgebaut. Ja. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir warten noch auf zwei Bauteile für unsere Katapulte. Und das nochmal im Festspringen. Für mehr Frauen. Auf euren Befehl. Ja, da kommt nochmal ein Schub an Frauen zusammen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall mehr als beim ersten Fist. Na klar, dass die sich amüsieren. Nur einer von euch arbeitet. Jo. Wir können dem mal zugucken. Sicherlich auch interessant. So, da arbeitet er. Macht aus Eisenschrott. So wie das fast aussieht. Gute Bauteile. Ja. Schön. So, das heißt, ein Rambockkarren für uns. Damit wir einmarschieren können in das eine Territorium. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Ja, dafür haben wir ja zum Glück die zweite. Wir werden aber wahrscheinlich auch noch die Eisenmine da brauchen. Weil wir Pech haben, die da oben auch. Aber ja gut, die Eisenmine, da sollte kein Problem sein. Haltet die Augen offen. Oh, Markus, jetzt kann ich schon wieder aufsteigen. Auch gut. Markus. Wie ihr wünscht. Das ging aber schnell, die reichen Gebäude zusammenzukriegen. Na gut, die Siedler sowieso. Eure Großmut beschämt mich, Majestät. Dann fangen wir mit der Bannerproduktion mal an. Oh, es regnet gerade. Macht uns aber nicht viel aus. Wir errichten noch ein Theater. Ja. Ja. So, jetzt können wir allerdings dann angreifen. Jawohl. Alles klar. Auf euren Befehl. Oh, jetzt ist der Trupp hier weg. Und dann klopfen wir mal ganz freundlich hier an. Es ist lustig, wie der Rote Prinz eigentlich Steinverteidigungen auf dem Torhaus hat. Oder baut er die gerade erst. Jetzt, wo ich anklopfen komme. Okay, da kommt die gegnerische Armée. Kämpft weiter. Jawohl. Oh, da kommt die große Armée. Aber auf uns geradezu. Das Lagerhaus ist voll. Jawohl. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Sofort. Okay, rückzug, rückzug. Hinauf und hinüber. Okay. Okay. Verstanden. Oh, sie haben einen Katapult errichtet. Oh, sehr schön. Sie fangen an, sich zurückzuziehen. Jawohl. Schon unterwegs. Jawohl. Sie haben Anfang an eine Katapult zu errichten. Siehst du was? Wir bauen noch mal die beiden hier aus. Bauen das Lagerhaus aus erst mal. Wir bauen unsere Bannermacher aus. Wir bauen unsere Theater aus. Fackeln nicht lange um, sondern gehen wieder zum Angriff. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Stirn, los! Es gibt kein... Stirn, los! Die Munition ist... Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar. Angriff! Und dann sichern wir uns hier mal etwas ab. Das war nichts so gedacht. Das war nichts so gedacht. Ich kann hier hinbauen. Oh, hier ist eine Palisade. Okay. Na gut, dann bauen wir so. Bauen wir halt so. Schon unterwegs! Das heißt, wir können jetzt uns auch mit Belagungszonen helfen. Aber erst mal keine Macher. Da kannst du nämlich bald wieder bei mir ausbauen. Wir Müll-Arbeiter findet kein Eisen mehr. Dafür müssten wir die Burg noch ganz ausbauen. Will ich ja jetzt gerade erst mal nicht. Erst mal will ich die Jungs hier loswerden. Oh, und was ich machen will natürlich... Wie ihr wünscht. Ist das Territorium hier ein... Schon unterwegs. Mich bauern. Habe ich jetzt genau so platziert, dass ich die Weidefläche nicht nutzen kann. Deswegen reißen wir ihn ab und bauen ihn einfach auf die andere Seite. Und platzieren wir die zweite Weide. Gut. So, da wird unsere kleine Palisade errichtet. Da wird das Territorium befestigt. Verstanden. Beziehungsweise erobert. Bis zum nächsten Mal.